so und da sind wir auch schon zur nächsten runde auf customs wir brauchen immer noch massige loot ich hab mir jetzt einfach mal die waffe von dem futzi da genommen es ist noch frühmorgens ich sehe nix natürlich leider keine taschenlampe drin ist tatsächlich ob ich einfach mal jetzt ein customs probieren aber da sehe ich natürlich auch nicht viel eine taschenlampe habe ich leider nicht so so hab ich gehört hab ich jemanden ist jetzt aber auch nicht pauschal wo natürlich clever die mitzunehmen mit 25 25 punkte ich hab auch nicht so die ahnung wo hier irgendwas liegt bin ja so selten wollte ich eigentlich jetzt hier mehr hin müsste weil ich habe einen schlüssel für den ich natürlich nicht mitgenommen habe da kommt er denn auf einmal hier schon rein ich hätte mich aber so erschrecken müssen ja ja Das war's. Was ist das? Ich werde einfach mal mit. Alter! Ich habe doch heute gezielt, Alter! Was? Gibt es da gar nicht. Ach. Schrot, 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 durchgeschrotert, ja. Naja. Ein kurzer Rate. Schrot, 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 schrot.